Er ist wahrscheinlich in der Küche. Wahrscheinlich habe ich die Prüfung bestanden. Wie wahrscheinlich ist ein dritter Lockdown? Wie wahrscheinlich ist ein dritter Lockdown? Brexit war wahrscheinlich keine gute Idee. Brexit war wahrscheinlich keine gute Idee. Ich werde wahrscheinlich Mathematik studieren. Ich werde wahrscheinlich Mathematik studieren. Wahrscheinlich ist der Einbrecher durch das Fenster in die Wohnung gelangt. Wie wahrscheinlich ist eine neue Finanzkrise? Wie wahrscheinlich ist eine neue Finanzkrise? Wahrscheinlich werden nach den Wahlen die Steuern erhöht. Ich werde wahrscheinlich in Deutschland studieren. Ich werde wahrscheinlich in Deutschland studieren. Wie wahrscheinlich ist ein Weltuntergang? Wie wahrscheinlich ist ein Weltuntergang? Ich werde wahrscheinlich in Deutschland studieren. Ich werde wahrscheinlich in Deutschland studieren. Ich werde wahrscheinlich in Deutschland studieren.